hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir freut mich dass du eingeschaltet hast ich habe hier für euch ein kurzes gameplay auf der beliebten map factory ausgestattet mit der saiga 9 werde ich mit meinem mate versuchen zu dem kleinen bunker zu gelangen um dort den brief abzuholen für die quest postman pet part 1 für den prapor ich wünsche euch viel spaß und es geht auch schon los ich bin breaching ich komme jetzt zu den autos vorsicht ich laufe jetzt ich laufe jetzt ja du läufst gerade an mir vorbei ja ok spring runter ach so hey ich bin hier oben bei den autos ach ich dachte du wärst unten ok nein nein du hättest mich nicht gesehen ne übel ja ja im bar versteck ja guck mal eben da raus also ich denke die sind irgendwo halle 2 bei den office unter der halle sehe ich keinen bis jetzt zumindest wollen wir auch direkt unter die halle gehen oder ja kurz überlegen wie machen wir das am besten ich geh erstmal hier rüber weißt du irgendwie bei den silos da vorbei und dann zu dem bunker da läuft einer ja der war glaube ich unterirdisch das kann sein ja wenn wir hier vorne achten oder das Das ist wirklich sehr, sehr verdammt, Rolch. Oder das ist ein Bot, der da rumgelaufen ist. Ich bin jetzt hier wieder, wo wir eben waren. Ich gehe mal davon aus, dass wir ein ganzes Team als Gegner haben. Ah, ich sehe einen. Einer ist down. Einer ist down. Ein Bot? Äh, könnte ein Spieler gewesen sein. Also die sind von der Schiene, also von dieser, von diesem Aufgang gekommen, von unten. Also einer war down. Waren das mehrere? Jaja, da waren zwei, die gleichzeitig hochgelaufen sind. Aber ich glaube, die waren mehr so mit Shotguns. In Bot? Ja. Also du musst aufpassen, nicht, dass der gleich da hoch geht bei dir. Jaja, ich vers... Weil ich glaube, der hat nur... Oha, oha. Drei Bots auf einmal? Weil der hat nur mich gesehen, der eine Typ, der weggerannt ist. Hm. Ich höre jemanden. Wo? Äh, könnte Halle 2... ...zu Halle 3 sein. Also da in der Nähe. Oh. Uiuiui. Das war eine Schottie auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Da aimt einer an. Hier in der Nähe, oder was? Ich glaube, unter uns irgendwo. Glaube ich. Warte. Ich hab leider keine Grenade. Ja, kein Problem. Ich kämpfe einer gegen Bots, ne? Lass mal da hin. Uiuiui. Zieh mich in der Nähe. Alle zwei müssen es sein. Oh. Der knifet einer. Okay, wir haben hier... Es scheint so, als ob wir hier Bobs... ...alle Slowbobs hier hätten. Ja. Oder Skev-Spieler. Je nachdem. Weil die Bots... ...die Bots... ...der knifet einer. Mhm. 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 Ich seh einen. Hab einen. Ja, ich hab auch einen gesehen. Fuck! Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja. Fuck. Hast du ihn gesehen? Nein. Ich bin jetzt hier da drinne. Da war einer mit einer anderen Waffe, ne? Lebst du noch? Ja, bist du im Flur? Oder wo bist du? Ja, ich bin wieder auf dem langen Gang. Okay. So, ich hab zwei Bobs. Ich hab zwei Bobs. Okay, ich komm jetzt hier... Ey, ich bin tot. Der war hinter uns, oder? Keine Ahnung. Ich hab ihn nicht gesehen. Fuck, ey. Also, der hat mich ziemlich heftig angeschossen. Ja, mich hat der auch mit wenigen Hits direkt weggemacht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie der mich, äh... Also, wie ich das überlebt hab. Ich verstehe nicht, wie er das überlebt hat. Ich hab ihn auch dreimal mit der Saiga wahrscheinlich, in die Nähe Kopf geschossen. Aber keine Ahnung, wo der ist, musst du schauen. Ja, jetzt kommt einer. Vielleicht will er mich ja looten. Ich weiß nicht, ich glaub, der hat mich auch mit einer Saiga getötet, oder so. Ja, ja, das war... Könnte sein, dass das ein Bot war. Nein, nein, das war ein Spieler. Das war definitiv ein Spieler. Also, so wie der Name war. Name sagt schon, dass... Weil... Weil, komischerweise aus der Richtung, wo der dich gekillt hat, da kommt jetzt einer. Und der redet hier die ganze Zeit. Ein Bot. Also, mich hat definitiv ein Spieler getötet. Ja, okay. Definitiv. Ich wusste jetzt nicht, mit welcher Waffe du reingegangen bist. Deswegen war ich eben ein bisschen irritiert. Ich war mit der Saiga 9. Fuck. Hier ist eine irgendwo. Mein Gott, ey. Ich hab einen Helm gefunden. Und eine Packer. gefunden, die lag da einfach so rum. Nee, nee, von so einem Typen. Von einem Spieler. Der eine Spieler, der dich angeschossen hatte, der zeigt sich nicht. Ja, ja, der kennt doch jetzt. Der ist genau da, wo wir wahrscheinlich aus der Ecke weg sind. Ist der dann wahrscheinlich da hochgekommen. Ja, ja, ja. Denk ich auch. Weißt du was? Ich werd den überraschen. Womit? Ich werde von oben kommen. Vielleicht spielt der mit Headset. Kann auch sein. Ich glaub, ich hab einen Spieler erwischt. Also mich hat er auf jeden Fall mit einer Saiga erwischt. Und ich fand's affisch, weißt du. Weil genau aus der Range, wo er mich getötet hat, hab ich letztens Ding im Saab geschossen. Und ja. Mhm, mhm. Mich killt's natürlich. Kann sein, dass ich... Ich weiß nicht. Könnte auch ein Wort gewesen sein. Ja, musst du schauen. Vielleicht hast du ja mehr Glück. Ich trau mich nicht, da rauszulaufen, weil... Vielleicht hat er mich ja schon gelootet. Kann ja auch sein. Aber ich lieg ja direkt an der Ecke, an dem Metalltor, weißt du. Deswegen glaub ich nicht, dass er mich gelootet hat. Aber der wird jetzt wahrscheinlich die Leiche abämmen. Ja, ich hab einen. What? Oh, der hat so eine Saiga mit so einer Schiene drauf. Schiene? Ja, so eine, so eine Aufsatzschiene. Wo du so ein Scope drauf packen kannst. Hm. Ich hab ja auch eine voll gemoddet oder wei, ja. Aber ich werd mir jetzt noch eine schnell modden. So. Das Kev-Backpack schnell mitnehmen. Ja, an meinen Gear kannst du ja auch noch ran, wenn du willst. Mhm. Ja, ich guck mal, wenn ich... Wenn ich gleich... Äh, da in die Richtung komme. Ich geh erstmal in Richtung Bunker. Ja, nicht, dass er mich dann gleich schon gelootet hat. Oder du hast ihn dann wahrscheinlich schon getötet. Kann ja auch sein. Kann sein, dass ich den erwischt hab. Muss aber nicht sein. Muss nicht sein, genau. Also hier sind ein paar Scope's, die schon gelootet sind. Ich hör hier Loot-Geräusche. Was war das denn? Scheiße. Wir sind zwei. Kurz. Hauptsache, der kriegt meine Saiga nicht. Der Typ, weißt du? Oh, vielleicht schnappt er sich dann schnell raus. Denkt sich dann so Jack-Pop. Hm. So, die Mission hab ich. Was musstest du denn machen? Ich muss zu der Leiche im Bunker. Fuck. Da oben ist einer. Ich hab den ziemlich gehittet. Nee, nee, nee. Der ist ein Scaf. Scaf-Spieler. Fuck, 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 fuck. Noch ein Bot. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich versuch den mal zu holen, den Typen. Ja, ich bin tot. Der hat mich geholt. Aber war eine geile Runde, muss ich sagen. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht. Oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls es dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Ja, Leute. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao.